Guten Morgen, liebe Steffi. Wie geht es dir heute Morgen? Guten Morgen, Imke. Jetzt fragst du mich immer, wie es mir geht. Jetzt möchte ich mal wissen, wie es dir geht. Mir geht es großartig. Immer wenn wir uns treffen, freue ich mich auf all das, was kommt. Das ist so ein schöner Start in den Morgen und es macht einfach nur Freude, so zu starten. Das geht mir genau gleich und was ich von unseren Zuschauern gehört habe, ist das bei Ihnen auch so. Wir können es schon immer kaum erwarten, dass wir von uns hören lassen tatsächlich. So schön. Ja, das ist wunderschön und wir freuen uns ja auch, wenn wir Impulse geben können und euch unterstützen können bei allem, was euch gerade so bewegt. Und auch heute haben wir uns wieder Gedanken gemacht, über was wir sprechen wollen. Liebe Steffi, was haben wir uns überlegt? Heute möchten wir mit euch über das Thema Süchte sprechen. Absolut. Es ist so wichtig, weil Süchte gibt es auf allen möglichen Ebenen. Das Klassische ist natürlich, wir verbinden damit vielleicht auch gleich einen Alkoholkonsum, der in die Sucht geht. Es kann eine Schokoladensucht sein, egal was, aber alles das ist etwas, wo du unter Umständen nicht einfach so wieder davon ablassen kannst. Und das ist auch schon letztendlich eine Definitionsform von Süchten. Du brauchst es oder meinst es zu brauchen. Ganz genau. Also vielen Dank auch für diese Erklärung. Und viele von euch sitzen jetzt da draußen und sagen, wieso? Wenn ich ein Glas Wein am Tag trinke, dann ist das doch keine Sucht. Wenn du das jeden Tag tust, einmal am Tag und du kannst nicht ohne, dann, und es tut mir leid, dir das sagen zu müssen an dieser Stelle, hast du dort ein Thema, was du dir anschauen solltest oder natürlich anschauen kannst, wenn du es denn willst. Und wann immer, und du hast es so schön gesagt, Imke, vielen Dank dafür, du wirklich etwas brauchst und nicht ohne das kannst, bist du in der Abhängigkeit, bist du in einer Sucht drin. Und das betrifft nicht nur Abhängigkeiten zu Lebensmitteln, sondern es betrifft auch Drogen und es betrifft auch die Abhängigkeit und die Sucht nach Liebe, die Sucht nach Menschen, die Sucht nach einem Partner, Sehnsucht übrigens ist auch eine typische Sucht. Absolut. Und wenn wir uns das Wort mal genauer anschauen, in Sucht steckt Suche. Das heißt, die Frage ist immer, was suchst du denn wirklich und was versuchst du über das, was du dann auch immer quasi versuchst zu kompensieren, also womit du kompensierst, was suchst du wirklich und was steckt dahinter, hinter der Kompensation? Ja, und wo suchst du noch im Außen? Wir haben vor ein paar Tagen ein spannendes Video auch zu diesem Thema gemacht, nämlich die Übersteuerung von Außen, wo wir uns genau mit diesem Thema beschäftigt haben, wo man sich eben im Außen verliert. Und auch eine Sucht steht genau dafür, nämlich, dass man sich im Außen tatsächlich verliert. Da fällt mir noch Spielsucht ein und Glücksspiel vor allen Dingen auch. Auch das sind alles Dinge, die eine Sucht beinhalten. Absolut. Und was passiert auch wieder, wenn du in dieser Sucht drin bist? Du lenkst dich auch wieder ab. Auf der einen Seite suchst du etwas, aber du lenkst dich auch ab, sodass du gar nicht in der Lage bist, zu schauen, was hier tatsächlich gerade los ist. Du bist ja permanent damit beschäftigt, natürlich das auch alles zu frönen, was da gerade genähert werden möchte. Und von was lenkt man sich denn ab? Man lenkt sich ab oftmals von Schmerz, von Themen, die man nicht anschauen möchte, von Entscheidungen, die man nicht treffen möchte, von alten Verletzungen, die man vielleicht von früher noch tatsächlich mitträgt, die man noch nicht bereinigt hat, wo man vielleicht auch den Schmerz nicht mehr aushält. Oder man versucht sich eben jemanden oder etwas besser bekömmlich vor sich hinzusetzen oder besser zu verdauen, eine Situation. Also oftmals auch hier ganz klare Verdrängung und eben nicht das bewusste Hinschauen. Und auch hier, wir haben vor einigen Tagen auch etwas zum Kollektiv aufgenommen, ist es ja so, dass es so ein kollektives Verständnis dafür gibt. Es ist ja vermeintlich in Ordnung, gewisse Dinge zu tun. Wie oft es passiert, es passiert jemandem etwas, er kommt zu jemandem und er sagt dann, ja komm, setz dich erst mal hin, jetzt trink erst mal was, dass du dich wieder beruhigen kannst. Ja, genau. Und da dürft ihr euch, ihr Lieben, auch wirklich mal ganz bewusst hinterfragen, welchen Süchten, die ihr vielleicht bis heute noch nicht mal als solche erkannt hättet, frönt ihr denn eigentlich? Und übrigens auch, ständig ins Fitnesscenter zu gehen, sieben Tage die Woche, ist auch eine Sucht. Vor allen Dingen, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man es dann einmal nicht gemacht hat. Auch dort, wann immer es nicht mehr rein aus Freude ist, rein aus Liebe zu sich selbst, sondern ein Mangel impliziert, sprechen wir hier von einer Sucht. Und was passiert dort in diesem Moment? Das Thema ist, dass ihr dort dann auch natürlich Raum gebt für andere Energien. Das heißt, ihr lasst möglicherweise dann nicht nur Liebe dort sein, denn die fehlt an dieser Stelle meistens, sondern tatsächlich andere Energien, die euch dann mitunter auch noch bewusst oder unbewusst beeinflussen. Es ist oft Mangel, der dann reinkommt oder auch Neid oder was auch immer, wenn nicht gar nicht noch andere Energien. Deshalb ist es so wichtig, dass das hinterfragt wird, dass du hinterfragst, wo gibt es etwas in meinem Leben, was ich vermeintlich jeden Tag brauche? Ist es die Schokolade, die Tafel, die ich jeden Tag essen muss? Oder ist es wirklich das Glas Wein, was ich jeden Abend trinken muss? Wenn du es aus Genuss tust, okay, man kann zu Alkohol stehen, wie man möchte. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst es, damit dein Tag abgerundet ist, dann hast du ein Thema, sei mal ehrlich und hinterfrage das für dich. Ja, und auch hier ist es ja wieder die Belohnung, die im Hintergrund steht. Ja, jetzt habe ich einen harten Tag gehabt, da gönne ich mir das jetzt mal, oder? Und aber hier eben wirklich mit dem Hintergrund von Mangel. Und wir möchten euch auch aufmerksam machen, dass wir natürlich keine Suchtberater sind, sondern dass es auf jeden Fall öffentliche Einrichtungen gibt, wo man Hilfe und kompetente Beratung dazu findet. Wir möchten euch das hier wieder nur bewusst machen, was das ist und wie man es erkennen kann. Eine typische Sucht übrigens, über die viele Leute lieber nicht sprechen, ist auch die Sexsucht tatsächlich. Und auch hier dann zu sagen, okay, ich tue das nicht mehr aus Liebe, sondern ich brauche das, um mich abzureadieren. Oder um irgendwie halbwegs mit mir klarzukommen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen in irgendeiner Form klarzukommen. Und Sex in dieser Schwingung ausgeführt, kreiert, wie jede Sucht übrigens, alles, was ihr damit Mangel tut, kreiert nur noch mehr Mangel und mehr Brauchen. Also dieses Brauchen, und du hast es so schön gesagt, Imke, ist eben Mangel. Wann immer ihr etwas braucht, seid ihr im puren Mangel. Absolut. Und was du gerade mit der Sexsucht angesprochen hast, das ist auch so, dadurch, dass der Mangel dann mehr wird und man immer mehr braucht, ist es auch so, dass tatsächlich sich im Gehirn die Vernetzungen verändern. Und es wird nicht nur mehr verlangt, also da gibt es Studien zu der Sexsucht tatsächlich dazu, sondern es wird auch immer intensiver. Das heißt, es wird auch immer mehr von Dingen, die krasser sind. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht von normal und abnormal sprechen, ich möchte das gar nicht bewerten, aber das ist tatsächlich so, dass da immer mehr und mehr und mehr in verschiedenen Ebenen erfordert wird, weil eben auch das Gehirn sich dann schon verändert. Und da fällt mir jetzt auch gerade noch dieses Beispiel, wenn man immer Punchy-Jumping machen muss, wenn man aus dem Flugzeug springen muss, wenn man auch dies und das und jenes machen muss, um sich wieder richtig zu spüren. Und auch das ist eine Sucht, wenn man sich selber wieder irgendwo im Außen verloren hat. Absolut. Und das zu hinterfragen und wirklich zu schauen, was kann ich hier auch wieder heilen, um wieder ganz bei dir dann auch wirklich zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das anschauen, dass du mal bei dir schaust und das transformierst. Und oftmals steht eben hinter Sucht immer der Mangel an Liebe und der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch davon gesehen zu werden oder sich selbst wieder richtig zu spüren. Und auch jetzt wieder auf die heutige Energiefrequenz bezogen, was ihr seht, das erntet ihr. Das heißt also, wenn ihr immer in dieser Sucht seid, ja dann werdet ihr auch mehr davon in irgendeiner Form kreieren. Ich möchte gerne euch noch ein Beispiel aus meiner Praxis erzählen, wo zum Beispiel eine Esssucht einen ganz spannenden energetischen Hintergrund hatte. Und zwar war da eine Dame bei mir, auch mit diesem Thema, und mal von den bereits genannten Themen abgesehen, geht es natürlich auch immer um Selbstliebe und Selbstwert und so weiter. Und dort war es tatsächlich so, dass noch Seelen, also Verstorbene, bei ihr waren, die mit ihr mitgegessen haben. Das heißt also, sie hat nicht gespürt, dass sie satt war, weil sie hatte immer das Gefühl, egal wie viel ich esse, ich werde einfach nicht satt. Ja, ganz klar, weil da dann auch die Verstorbenen dabei waren und einfach mitgegessen haben. Ja, also auch alle, die so mit dem Thema Essen und Trinken ein Thema haben, also schaut euch das mal an, wer da mit euch mitgeht. Spürt mal rein, ob ihr wirklich die seid dort, die alleine isst oder trinkt oder ob da noch jemand mit isst oder trinkt. Weil diese Seelen nämlich eben gewählt haben, das nochmal durch einen irdischen Körper zu erfahren und sich einfach wie an euch dranhängen. Das ist auch so, so spannend, Steffi. Sehr krass. Ich wollte noch kurz auf etwas anderes eingehen, was mir jetzt auch nochmal eingefallen ist. Sucht ist ja eine Abhängigkeit und es gibt ja auch eine Co-Abhängigkeit. Das heißt auch, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der einer Sucht nachgeht und du deckst das, indem du das mitträgst, bist du in einer Co-Abhängigkeit, in einer Co-Sucht. Auch das ist etwas, was du dir anschauen solltest. Wow, danke. Das war so richtig augenöffnend. Weil das leben so viele Menschen und sind sich dessen nicht bewusst. Kannst du da vielleicht einfach nochmal ein, zwei Beispiele geben? Ich glaube, das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig. Ja, wenn zum Beispiel, wenn wir von einer Partnerschaft ausgehen und ein Partner trinkt und der andere deckt das die ganze Zeit, sucht auch Ausreden im Bekanntenkreis oder wenn dann zum Beispiel auch schon die Polizei vor der Tür steht, regelt das alles, nimmt ganz viel ab, sorgt dann dafür, dass derjenige, der betroffen ist, hauptbetroffen ist, nicht in die Eigenverantwortung geht. Das ist zum Beispiel so eine klassische Co-Abhängigkeit und das können wir auf alles jetzt quasi ja drüberlegen, auch bei einer Spielsucht, wenn das mitgedeckt wird und Ausreden gesucht werden, vielleicht sogar noch hingefahren wird, zu gucken, dass das in irgendeiner Form auch so ein bisschen unter dem Deckmäntlichen bleibt. Man lebt das Ganze mit. Man versucht vielleicht gesellschaftliche Normen zu wahren im Außen und trägt das so mit. Bringt das nicht ins Bewusstsein, geht dann auch nicht dagegen an, konfrontiert auch nicht und versucht die Person da rauszuholen, sondern lebt das Ganze mit. Absolut. Und für mein Empfinden ist jetzt gerade das Fältchen, in dem wir uns gerade befinden, etwas schwer geworden und ich würde das jetzt gerne bereinigen. Das heißt also, alle, die jetzt hier zuschauen und die auch sich hier getriggert fühlen, die hier Themen haben, auch das darf jetzt hier in Heilung gehen und auch hier nochmal alles komplett gereinigt sein, sodass hier alle, die hier noch irgendwo ein Thema haben, für uns und fürs Kollektiv jetzt geheilt und gelöst sein. Wunderschön. Das war nochmal wichtig, dass wir nicht in dieser Energie bleiben und jetzt wieder wundervoll in den Tag starten können. So ist es. Imke, herzlichen Dank. Auch dieses Thema war wieder wirklich sehr, sehr berührend. Absolut. Auch Augen öffnen tatsächlich. Und hat mir persönlich so viel Bewusstsein gebracht. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Danke, liebe Steffi, dass wir diesen Raum tatsächlich jetzt auch geöffnet haben, um darüber zu sprechen. Und uns ist es wichtig, wir wollen nicht bewerten. Wir bewerten auch nicht. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen dir, die du uns zuschaust, der du uns zuschaust, helfen, dir das alles bewusst zu machen. Ganz genau. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben und liebe Imke, für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen fantastischen Tag in den Start. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis ganz bald. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, geht's wirklich. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Gut. bubble, 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 bubble,